Hallo liebe Freunde von LuKocht. Wir machen heute ein LuKocht Family Spezial. Indem wir euch einfach zeigen, wie das so bei uns mittags schnell abläuft. Und zwar machen wir heute ein Ratzfatz Kartoffelpüree mit gerösteten Zwiebeln. Und noch ein paar gebratene Zucchini dazu. Hallo. Wir machen ein schnelles Kartoffelpüree mit gebratenen Zucchini. Wir machen jetzt als erstes hier kochendes Wasser. Also wer es will auch ein guter Tipp ist, wenn ihr das Wasser bevor ihr es auf den Herd stellt, auch gleich heiß schon aus dem Hahnen in den Topf lasst. Dann braucht es nicht so lange bis es kocht. Da ist jetzt kochendes Wasser. Ich schäle jetzt die Kartoffeln, die wir im Keller bei uns haben. Und schneide die ein bisschen klein, dass sie auch relativ schnell durch sind. Salz, das Wasser gleich schon für die Kartoffeln. Und nachher wird das nur noch püriert, bisschen gewürzt und dann kommen noch die Zwiebeln rein, die Röstzwiebeln. Und dann schmeckt das richtig lecker. Ja. 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 Wir haben jetzt die Kartoffeln geschnitten, richtig schön klein geschnitten auch und haben die jetzt ins kochende Wasser gegeben. Macht noch ein bisschen Salz in das Wasser und schaut, dass die Kartoffeln kurz unter der Wasseroberfläche sind, weil dann habt ihr genügend Flüssigkeit, um es nachher einfach zu pürieren und zu würzen und dann ist es relativ schnell fertig, dieses Kartoffelpüree. Ich schneide jetzt noch Zwiebeln klein und brate die dann nachher richtig scharf in einer separaten Pfanne an und nachher, wenn das Kartoffelpüree püriert ist mit dem Pürierstab, gebe ich die gerüsteten Zwiebeln noch mit ins Kartoffelpüree und die geben denen noch eine richtig feine Note. Die Zwiebeln sind jetzt auch schon soweit richtig schön braun. Jetzt nehmen wir einen Pürierstab, pürieren die Kartoffeln in dem Wasser drin und dann wird das schon gleich schon richtig schön zämig. Ich würze es heute noch ein bisschen mit Boxonklee und Muskatnuss, es gibt noch so einen richtig schön deftigen Geschmack. Mit den Zwiebeln wird das so ein richtig rustikales, veganes Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln. Oh! Das war's für heute. Das Kartoffelpüree ist fertig, richtig lecker, aber nicht zu fest, ich mag das immer gern, wenn es ein bisschen flüssiger, ein bisschen fluffiger ist. Jetzt mache ich gleich noch die Zucchini in der Pfanne, einfach mit Olivenöl, ein bisschen anbraten, Salz, Pfeffer rein, fertig, dann wird alles angerichtet auf dem Teller und dann lassen wir es uns schmecken, weil wir haben alle Hunger. Das Kartoffelpüree ist wichtig, wenn es ein bisschen flüssiger ist, das Bedeutung ist wichtig, wenn es ein bisschen flüssiger ist. Wir essen jetzt gleich, lassen es schmecken, genau, Tim war auch und wünschen euch noch einen schönen Tag, kocht unbedingt mal nach, geht wirklich ratzfatz, ist vegan und schmeckt total lecker, das war's, euer Lou von der Lou Koch Family, folgt uns auf Instagram, auf YouTube, abonnieren unbedingt und liked unsere Facebook Page, wir freuen uns dieses Video natürlich auch und dann wünschen wir euch viel Spaß und noch einen schönen Tag, bye bye. Ich bin die Tara, das ist der Lou und wir sind die Lou Koch Family. Dich interessiert vegane Ernährung schon immer und dann bist du bei uns genau richtig, weil jetzt zeigen wir in einfachen Schritten, mit tollen, bunten, farbenfrohen Rezepten, wie spannend, spaßig und einfach vegane Ernährung sind. Wir haben sogar einen Fleischesser, der hinter der Kamera steht, von unseren Rezepten überzeugen können und der war mega begeistert, also schaut ihr es unbedingt an, wir räumen mit allen Klischees auf, die du kennst mit veganer Ernährung und du bist bestens aufgehoben bei uns.